Supervised Learning hat auch so manche Challenge, die man bewältigen muss. Zum Beispiel der Elefant im Raum ist das manuelle Labeling. Daten zu labeln ist ein immenser menschlicher Aufwand. Stell dir mal vor, du hast hunderttausende von Daten und die müssen alle gelabelt werden. Da sind so an mancher Praktikant beschäftigt. Das ist also auch ein wirtschaftlicher Faktor. Dann, ich habe es eben schon mal angesprochen, es kann passieren, dass das Modell zum Overfitting neigt. Ganz allgemein gesprochen bedeutet das, dass das Modell die Trainingsdaten auswendig lernt. Das generalisiert nicht. Das heißt, ungesehene Daten werden wahrscheinlich sehr, sehr schlecht performen, weil es sich nur die Trainingsdaten gemerkt hat. Das ist ungefähr so, als wenn man einem Kind beibringt, einen Schuh zu binden, aber den nur auf dem einen Schuh binden kann und nicht an allen anderen Schuhen, die es noch so da draußen gibt. Und das wäre dann ein ganz klassischer Fall von Overfitting. Das Gegenteil davon nennt sich Underfitting und das beschreibt das Konzept, dass die Trainingsdaten nicht gut genug gelernt wurde. Das kann verschiedene Ursachen haben, zu wenig Daten zum Lernen oder das Modell wurde nicht lang genug trainiert. Dann reden wir von einem undergefitteten Modell. Was auch ein Problem ist, was man immer im Köpfchen behalten muss, ist die Klasseninbalance. Wenn wir von Klassifizierungsproblemen sprechen, dann müssen wir immer darauf achten, dass jede Klasse in den Trainingsdaten gut genug repräsentiert ist. Zum Beispiel, wir hatten eben das Beispiel mit dem Spam-Detektor für die E-Mails. Da ist es zum Beispiel super wichtig, dass wir für beide Klassen, Spam und Nicht-Spam, ungefähr gleich viele Datenpunkte, das heißt E-Mails, haben. Stell dir vor, du hättest auf der einen Seite 100.000 Nicht-Spam-E-Mails und 100 Spam-E-Mails, was ja schon ein realistischeres Szenario ist, muss man dazu sagen, dann wird das Modell biased sein auf eine Seite, je nachdem, wo mehr Daten vorhanden sind. Das heißt, es wird vielmehr die Mehrheitsklasse vorhersagen und das muss man auch verhindern auf jeden Fall. Und zum Schluss, Supervised Learning Modelle zu trainieren, ist ein immenser Rechenaufwand. Gerade für Neurolande-Netzwerke braucht man auf jeden Fall GPUs und das kostet auch Zeit und Geld. Also auch wieder hier, ist es ein wirtschaftlicher Faktor. Aber Supervised Learning hat auch viele Vorteile. Zum Beispiel die Einfachheit. Die Lösungen sind bekannt noch vor Anfang des Trainings. Das heißt, man hat Daten und das dazugehörige Label. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist sehr, sehr simpel und einfach, dass es da ist. Deswegen eignet es sich auch so gut für Vorhersagen. Und der Lernprozess ist deshalb auch sehr simpel. Ich meine, Datenpunkt, das soll rauskommen. Datenpunkt, das soll rauskommen. Eigentlich relativ intuitiver Prozess. An sich, im Supervised Learning gibt es ganz viele verschiedene Algorithmen, die man nutzen kann. Vier an der Zahl nenne ich einfach mal die Linearegression oder die logistische Regression. Lustigerweise, die Linearegression ist ein Regressionsverfahren, während die logistische Regression, obwohl sie Regression heißt, eigentlich ein Klassifizierungsverfahren ist. Entscheidungsbäume gibt es noch. Random Forest, die Erweiterung davon. Oder die altbekannten neuronalen Netzwerke. Dies alles sind Algorithmen, die man im Paradigma Supervised Learning verwenden kann. Und ein Beispiel noch zum Schluss aus der Computer Vision, die Tumorerkennung. Auch hier wieder Supervised Learning. Wir haben ganz viele Bilder von Krebspatienten. Wir labeln sie als Krebs. Und wir haben viele Bilder von Nicht-Krebspatienten. Wir labeln sie als Nicht-Karzinom. Und beides geben wir dann in ein Modell rein. Und im besten Falle kann das Modell am Ende dann entscheiden, das ist Krebs und das ist kein Krebs.